Ja, ich brenne wirklich für die Themen und es macht einfach unendlich viel Spaß, auch das Expeditionsbergsteigen, also halt dieses Gleichberichte, vor allem über das Kommerzielle, weil das halt eben die Gemüter so am meisten bewegt, so an den Achttausendern. Ich bin ein absoluter Nerd, was das angeht. Die Leute, ja, lieben das Thema. Ich liebe das Thema. Ich meine, da spielen sich halt die krassesten Dramen ab an diesem Berg. Hallo Nadine, schön, dass du bei uns im Podcast zu Gast bist. Hallo Theresa, vielen Dank für die Einladung. Ich würde gerne mit einer ganz einfachen Frage starten. Warum Berge und warum Journalismus? Also einfach ist die Frage jetzt sicher nicht. Also ich habe auf jeden Fall keinen ganz geradlinigen Weg gegangen, also nicht in die Berge und auch nicht zum Journalismus, weil ich gebürtig aus Thüringen bin. Und genau durch mein Studium dann eigentlich erst in Bergnähe gezogen bin. Also ich habe Politikwissenschaften in München studiert und bin 2004 nach München gezogen. Und ja, und dann ist das mit den Bergen, ist das irgendwie, hat sich so automatisch ergeben, weil ich dann viel mit Freunden unterwegs war und dann habe ich so die Liebe und diese Naturliebe, gut, die hatte ich schon immer, weil ich halt natürlich auch in Thüringen viel unterwegs war, viel im Wald spazieren war. Aber die Berge sind natürlich nochmal was anderes, halt natürlich viel gewaltiger und die bieten noch viel krassere Ausblicke, was mich halt sehr fasziniert hat. Und der Journalismus war eben auch nicht so geradlinig, weil ich eben Politikwissenschaften studiert habe und dann in der Entwicklungszusammenarbeit gearbeitet habe. Also ich war viel im Ausland und habe für internationale Organisationen gearbeitet, vor allem für die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Ja, und dann war ich eben da auf Auslandseinsätzen und habe halt gemerkt, dass es mich zwar total fasziniert, aber dass ich ja eigentlich, ja, also so naiv vielleicht, wie ich war damals, ich wollte schon irgendwie was bewirken. Und so richtig geht das in dem Bereich nicht, also habe ich das Gefühl, nicht mit dem Ansatz, den wir jetzt vielleicht momentan fahren oder damals, also es ist ja schon auch wieder viele Jahre her. Und dann dachte ich, okay, wo habe ich vielleicht einen größeren Hebel und da kam wieder Journalismus in den Sinn. Und genau, dann habe ich ein Praktikum bei der SZ gemacht und seitdem schreibe ich halt, ja. Aber du bist freibedufliche Journalistin. Ja, genau, also ich war am Anfang, war ich noch bei der SZ angestellt, aber da im Social Media Bereich und 2020 bin ich dann in die volle Selbstständigkeit gewechselt. Das Schreiben lief halt davor nebenher und jetzt ist es halt so mein Hauptjob sozusagen. Und du hast mir erzählt, dass du deinen Beruf als Sport- und Outdoor-Journalistin beschreiben würdest. Musstest du dir diese Nische erst selber schaffen oder gab es da schon Bedarf? Also ich schreibe ja quasi in verschiedenen Sparten, sage ich mal. Also ich bin eben Sport-Journalistin und schreibe da über Wettkampfsport, also jetzt wirklich für die SZ über Wettkampfsport, Klettern, Skibergsteigen und Trailrunning, obwohl Trailrunning schon nochmal so einen anderen Status hat, weil das nicht ganz so institutionalisiert ist. Genau, das sind so die Wettkampfsportarten. Da ist halt wichtig, dass halt wirklich auch ein olympischer Bezug da ist. Bei Trailrunning ist er jetzt noch nicht da, aber ich meine, der Weg könnte da hinweisen. Und dann schreibe ich über Expeditionsbergsteigen. Das ist natürlich kein Wettkampfsport in dem Sinne, aber ja, ist natürlich auch eine super sportliche Betätigung. Genau. Und ja, ich glaube, der Bedarf kam eben vor allem daher, dass erst Klettern olympisch geworden ist und jetzt auch Skibergsteigen. Das ist halt natürlich, das war super hilfreich für mich jetzt, dass der Sport eben Interesse geweckt hat in den Redaktionen natürlich, weil das halt einfach eine Bedingung ist, dass da eine regelmäßige Berichterstattung stattfindet. Und natürlich, ich meine, in München Umgebung, ich schreibe eben nicht nur für die Zeitung, sondern auch für viele Outdoor-Magazine und da war natürlich der Bedarf natürlich schon immer da, logischerweise. Die leben ja, die Magazine, Outdoor-Magazine davon, dass man eben über diese ganzen tollen Dinge berichtet, die dann draußen passieren. Genau, ich mache eben auch Reiseberichterstattung, also halt so über Trackings und Hütten, Hütten-Touren. Und jetzt kürzlich, letztes Jahr war ich eben auf einer Alpenüberquerung mit meinem Hund und das ist halt auch ein großes Thema. Genau, also der Bedarf, vor allem jetzt eben wirklich in der reinen Sportberichterstattung, der musste erst wirklich wachsen und entstehen. Also das war schon ein ziemlicher Kampf, muss ich sagen, immer wieder diese Themen zu setzen. Und ich glaube, es hat dann auch sehr geholfen, dass die Leser und Leserinnen es einfach mochten. Also diese Sportarten sind natürlich fest jetzt schon Teil unserer Gesellschaft, vor allem eben auch im Süden. Aber Klettern ist eigentlich deutschlandweit super am Boomen und Trailrunning, also darüber brauche ich gar nicht zu reden. Trailrunning ist der absolute Oberhype. Also die Leute lieben das, diesen Sport, weil die Einstiegshürde so niedrig ist. Und einfach die Menschen, die den Sport betreiben, sind einfach charismatisch, jung. Und es ist halt einfach so erfrischend, genau. Und deswegen, der Anklang ist sehr groß, die Menschen lieben die Themen und lesen die Texte. Und das ist natürlich auch immer nochmal ein Plus. Also ich finde, man merkt richtig, wenn du so anfängst zu erzählen, dann merkt man so richtig auch deine eigene Leidenschaft für diese Themen. Wie wichtig ist es, dass du da auch so selber dich damit identifizieren kannst und da auch eine Begeisterung für diese Sportarten mitbringst? Also ich würde sagen, dass es ganz wichtig ist, aber ich würde das eigentlich für jeden, für jede Art von Job sehe ich das eigentlich so, dass eine Begeisterung da sein sollte, weil dann macht es auch Spaß und dann macht man das auch gerne und sieht es auch nicht so krass als Arbeit an. Klar, es ist Arbeit, alles ist Arbeit, wenn man halt viel dafür tut. Aber Arbeit kann ja eben auch Spaß machen. Und klar, du musst schon, ich finde schon, dass gerade in dem Bereich eine Begeisterung auf jeden Fall da sein sollte, weil ich ja eben die ersten Jahre schon kämpfen musste, dass diese Themen eben jetzt in der breiten Berichterstattung, also halt im Mainstream sozusagen auch stattfinden. Und deswegen, ja, ich musste schon so ein paar Rückschläge dann auch in Kauf nehmen und super nervig teilweise auch sein. Also Journalismus und Hartnäckigkeit, das gehört halt stark zusammen, kannst du dir sicher bestätigen. Und klar, ja, ich brenne wirklich für die Themen und es macht einfach unendlich viel Spaß, auch das Expeditionsbergsteigen, also halt dieses, klar, ich berichte vor allem über das Kommerzielle, weil das halt eben die Gemüter so am meisten bewegt, so an den Achttausendern. Ich bin ein absoluter Nerd, was das angeht. Also ich kann nur darüber reden. Ich brauche eigentlich gar keine anderen Themen im Leben. Ich kann nur darüber und über meinen Hund sozusagen reden. Mein Hund ist natürlich auch so ein Thema. Also man sollte mich nicht fragen, wie es meinem Hund geht, dann höre ich nicht mehr auf zu reden. Okay, die kommen wir vielleicht da später noch kurz dazu. Aber wie läuft das jetzt zum Beispiel ab, wenn du jetzt über eine Extrembergbesteigung berichtest? Also es kommt, also gut, es gibt ja eben Saisons, in denen die Hohenberge bestiegen werden, die Achttausender. Und genau, ich begleite sozusagen alle Saisons. Also ich schaue mir natürlich immer an, was so passiert, wer so was geplant hat. Vor allem natürlich die Frühjahrsaison ist total wichtig, weil da eben Hochsaison am Mount Everest ist. Und da ist, auch wenn dieses, also das Thema, das gibt es ja schon seit den 90ern oder natürlich schon viel länger sozusagen. Aber in den 90ern ist halt das Expeditionsbergsteigen so richtig kommerzialisiert worden. Und die Leute, ja, lieben das Thema. Ich liebe das Thema. Ich meine, da spielen sich halt die krassesten Dramen ab an diesem Berg. Und ich meine, so eh, so im Sport und halt auch im Outdoorsport ist es halt schon so, dass man so alle menschlichen Facetten einfach kennenlernt. Weil bei dieser krassen Anstrengung, bei dem Risiko, dass man teilweise eingeht und so, ja, dann kann man sich nicht mehr so groß verstecken. Dann sieht man einfach alles. Und das Drama, genau, das ist halt das, was natürlich die Leute am meisten interessiert. Und genau, ich beobachte halt die Saison. Ich mache meistens jetzt beim Everest, mache ich so eine Vorberichterstattung. Jetzt dieses Jahr war das zum Beispiel zum Thema Müll. Also wie läuft es da ab mit dem Müll, Müllentsorgung? Genau, also Müllentsorgung im weitesten Sinne. Und was halt vielleicht auch Anbieter tun können. Also es ist ja nicht nur eine Sache des Landes. Es ist ja eh unglaublich arm. Also Nepal ist ja super arm, wissen wir ja. Und es ist ja so, wäre eine gemeinschaftliche Anstrengung, da vielleicht was zu verbessern. Und entsprechend habe ich das als Vorberichterstattung gemacht, schon ein paar Zahlen genannt, was halt, wie viele Menschen sich vielleicht da am Berg tummeln werden und so, was zu erwarten ist. Ja, und dann schaue ich halt an, was so passiert, beobachte alles, gucke mir immer wieder die Zahlen an, schaue, wenn jemand verschwunden ist und so. Und genau, und jetzt so eine Nachberichterstattung, weil dieses Jahr habe ich mit dem Kamirita Scherper ein Interview geführt. Der, das ist ja der Everest-Man sozusagen, der war jetzt 30 Mal am Gipfel. Also so oft wie sonst niemand. Und der ist halt ein sehr netter Typ einfach. Also der ist mega bodenständig trotzdem noch. Und für ihn ist es überhaupt kein großes Ding. Also er macht das halt, weil er damit Geld verdient. Und er realisiert natürlich die Gefahren. Und seine Familie ist halt immer so unendlich froh, wenn er wieder am Boden ist oder beziehungsweise am Tal ist. Genau, und ich meine, ich bin halt recht gut vernetzt und habe eben viele Kontakte, weil ich auch vor zwei Jahren eben in Nepal war und bin da zum Aerospace Camp getrackt. Und ja, so über die Jahre haben sich halt die Kontakte einfach ergeben. Und dann weiß ich halt, wen ich kontaktieren soll, wen ich auch bei Social Monitor, also damit ich halt weiß, ich weiß ja, wer welche Informationen preisgibt und wie die ganzen Gemengelagen da so sind. Ich meine, da gibt es ja auch große Konkurrenzsituationen und so. Und ja, ich weiß halt einfach, wer dann der richtige Ansprechpartner für was ist oder Ansprechpartnerin. Und dann kann ich das halt immer ganz gut abbilden. Wow, voll spannend. Ich habe jetzt irgendwie tausend Fragen. Also du warst dann vor zwei Jahren selbst dort vor Ort. Das heißt, du bist nicht jedes Jahr vor Ort, um dir selber ein Bild von der aktuellen Lage zu machen, sondern beobachtest dann mehr so aus der Ferne. Genau, ja. Also ich war eben das eine Mal dort. Aber das war super, super wichtig. Das war auch ein ganz großer Traum, den ich hatte. Ich wollte eben vor Ort mal sehen, wie es wirklich so zugeht. Und das war auch sehr hilfreich. Das ist jetzt auch in meiner Berichterstattung sehr hilfreich, weil ich halt einen besseren Überblick habe. Natürlich war das jetzt mal ein Basislager, das ich gesehen habe. Ja, ich möchte schon in naher Zukunft, vielleicht nächsten Sommer oder übernächsten Sommer, möchte ich auch mal zum K2. Also K2 ist auch so einer der Berge, an dem natürlich super viel passiert ist. Und da ist jetzt dieses Jahr auch super viel los, jetzt im Sommer. Genau, und da möchte ich auf jeden Fall auch mal ans Basislager. Ich meine, höher hinaus. Also ich will es überhaupt nicht ausfließen, aber es ist nicht unbedingt das, was ich mir jetzt so vorstelle. Aber genau, ich bin eben dann jetzt einmal dort gewesen, dann irgendwann Pakistan ist mir auch, ist schon seit vielen, vielen Jahren mein Traum, dass ich da hinfliege. Und genau, ich beobachte halt viel über Social-Media-Kanäle und ich führe Podcasts dazu. Und es gibt halt super gute Quellen. Also Explorers Web zum Beispiel, die berichten unglaublich gut und die haben auch halt so noch viel bessere Kontakte als ich. Und über die beziehe ich coole, also richtig gute Informationen. Dann der Stefan Nestler mit seinem Blog, der ist super. Die Billy Bierling aus Garmisch, die ist ja auch super, also natürlich involviert in das Ganze. Die betreibt die Himalayan-Database und die sammelt die ganzen Zahlen an den Achttausendern oder Besteigungen an den Achttausendern in Nepal. Und ja, sobald man die alle kennt und da gut vernetzt ist, ist es schon eine gute Grundlage, um zu berichten. Und wenn man einmal dort gewesen ist, hat man einfach eine Vorstellung, also wie es wirklich zugeht. Und dass die Zustände dort vor Ort augenscheinlich wirklich okay sind. Also es war super sauber überall auf dem Weg. Aber ich glaube, so ein Nachbartälern sieht es halt eben nicht so aus, weil da die Kameras und die Weltpresse und so nicht so drauf schaut. Und deswegen muss ich, möchte ich, müssen tue ich ja eh gar nichts, aber ich möchte unbedingt mir eben auch noch eine andere Basislage ansehen. Und vor allem in Pakistan, weil ich glaube, da ist noch viel im Argen. Wie ist so dein, Entschuldigung, wie ist so dein Blick drauf, dass es in den letzten Jahren oder auch in den letzten Jahrzehnten so ein Hype geworden ist, zum Beispiel auf dem Mount Everest zu steigen? Also ich persönlich muss sagen, also ich kann es nachvollziehen, dass man auf diesem Berg steigen oder stehen möchte. Ich habe eben schon viele Bilder und Videos gesehen, eben von dem Grat zum Gipfel. Und wenn du dann halt auf dem höchsten Punkt quasi der Welt stehst und unter dir das Wolkenmeer siehst und weißt, es geht eigentlich gar nicht höher hinaus. Ich kann das absolut nachvollziehen, dass man das möchte. Deswegen, also grundsätzlich würde ich jetzt niemanden verurteilen. Es gibt natürlich auch andere Gründe, warum man da hoch will, um halt ein tolles Foto zu haben und sich irgendwie in den Social-Kanälen irgendwie darzustellen und so weiter. Aber das ist ja nun nicht unbedingt nur ein Phänomen, was man jetzt am Mount Everest antrifft. Deswegen, also ich tue mich echt, also mir gefällt das nicht so leicht, dass so Menschen danach zu beurteilen, ob sie das tun oder nicht. Auch die Stilfrage, also klar, ich finde es natürlich viel cooler, wenn jemand das halt ohne zusätzlichen Sauerstoff schafft und halt in einem halbwegs alpinen Stil. Das ist am Everest im Frühjahr aber nicht möglich, weil du ja eh überall die Fixseile hast und so weiter und halt einfach der Berg ziemlich belagert wird. Aber grundsätzlich ist das natürlich, also Ehrenwerter, sage ich mal. Aber was wir halt jetzt beobachten ist, dass viele natürlich jetzt das Gefühl haben, ja, wenn ich jetzt mit Flaschensauerstoff da hochsteige, dann hat es keinen Wert. Na gut, dann probiere ich es einfach ohne. Dann sind dann halt Leute, die vielleicht gar nicht in der Lage sind, das zu bewältigen, halt alleine am Berg unterwegs, ohne Flaschensauerstoff, ohne Guide. Und dann passieren halt die Unfälle. Also das war jetzt sehr augenscheinlich, dass halt viele verunfallt sind, die eben so unterwegs waren. Und das setzt für mich auch die falschen Anreize. Ich finde, die, die wirklich in der Lage dazu sind, sollen das machen und sollen aber andere nicht unbedingt danach beurteilen, wie sie den Berg besteigen. Für mich ist eher wichtig, dass, aber grundsätzlich, das geht jetzt auch nicht nur um den Everest. Grundsätzlich sollten wir uns halt darüber im Klaren sein, an welchen Impact wir einfach haben als Touristen und Touristinnen auf die Natur. Und ich meine, das fängt beim Flug an. Aber wie ich jetzt eben bei dem Thema Müll jetzt auch gemerkt habe, ist halt klar, man kann den Müll vom Berg runterräumen, was ja schon mal cool ist. Aber wo landet er dann? Ich meine, er landet dann halt einfach irgendwo in solchen illegalen Deponien irgendwo in der Landschaft. Und damit ist niemandem geholfen. Und da wird das Grundwasser halt verschmutzt. Also ich finde, dass halt alle, die dieses große Ziel haben, alle wirklich einen Beitrag leisten sollten. und sich stark dafür machen sollten, dass es nachhaltig, so nachhaltig wie möglich halt einfach abläuft. Also halt eine große Müllpauschale, eine größere. Jetzt sind es halt 4.000 Dollar, US-Dollar als Pfand sozusagen. Du musst halt 8 Kilo vom Berg mit runterbringen und 4.000 Dollar Pfand hinterlegen. Und dann kriegst du halt das Geld zurück, wenn du das, ja, wenn du das Geld, wenn du die 8 Kilo mit runterbringst. Ach klar, 4.000 Dollar für 8 Kilo Müll. Ja, genau. Es ist so. Ich meine, wenn du halt irgendwie 50, 60, 80.000 Euro oder Dollar für so einen Expeditionssatz, ist das dann halt auch nichts mehr. Also ich meine, es ist eine Stilfrage und es ist eine Frage der Beweggründe. Ich verurteile grundsätzlich eigentlich niemanden. Ich habe, als ich dort war, ich war ja auch ein paar Tage im Basislager, ich habe da auch eine Gruppe sozusagen verabschiedet, so eine Rotation, glaube ich, oder war das sogar ein Gipfelsturm sozusagen. Es war auf jeden Fall, genau, es war eine Gruppe, die ich vorher so einen Abend lang kennengelernt habe. Und ich meine, wir sind natürlich alle schon ans Herz gewachsen, weil ich so dachte, wie cool, dass ihr das macht und so. Und die waren einfach alles ganz liebe, nette Leute, die natürlich auch aufgeregt waren ohne Ende. Und ich habe sie dann halt quasi, Mitternacht habe ich sie verabschiedet. Dann gab es nochmal so eine kleine Putsche, also halt so eine Beweihräucherung sozusagen, so eine Ehrbietung an den Gott, dass sie halt wieder heil vom Berg runterkommen. Und dann sind sie halt mit ihren Sternlampen so auf den Kumbo-Kletscher ausgeschwärmt. Das war schon total beeindruckend. Und klar, ich habe danach schon verfolgt, ob alle noch in einem Stück sozusagen wieder abgestiegen sind. Und das war aber auch so. Also es haben alle quasi überlebt sozusagen. Und ja, es haben alle gut überstanden, aber nicht alle standen am Gipfel. Das ist dann schon nochmal was anderes, wahrscheinlich, wenn man es alles so hautnah miterlebt. Aber das hast du ja vorher schon gesagt, dass es für dich total wichtig war, auch dort mal vor Ort zu sein. An dieser Stelle gibt es eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wenn dir das Gespräch gefällt und du mehr spannende Geschichten rund um Bergsport, Outdoor-Abenteuer und alles, was damit zu tun hat, hören möchtest, dann abonniere jetzt den Bergpull-Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Und falls du in deinem Umfeld jemanden kennst, der das Outdoor-Leben genauso liebt wie wir, dann teile diese Folge doch gern mit einer Nachricht oder über Social Media. Danke, dass du ein Teil der Bergpull-Community bist. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge. Welchen Impact möchtest du denn in dem Bereich als Journalistin haben? Grundsätzlich darüber, also über diese, über die Sportarten und über die Geschehnisse an den Achttausendern und überhaupt in den Bergen möchte ich halt einfach informieren und so gut wie möglich informieren. Also so gut wie möglich Informationen zusammenzutragen, ein super breites Bild abzubilden. Also nicht nur, also wenn wir jetzt mal an den Achttausendern bleiben, also nicht nur westliche Anbieter und westliche Gäste, sondern eben auch, ich spreche sehr viel mit Nepalesen, habe da eben auch meine Kontakte und dass ich halt versuche, halt alle Seiten so ein bisschen abzubilden. Dann ist natürlich immer wichtig für mich, Frauen sichtbar zu machen. Das ist also schon sehr wichtig für mich, weil ich ja eben erstens natürlich selber eine bin und weiß, wie ich vielleicht auch zu kämpfen habe oder hatte. Das ist natürlich auch als Sportreporterin. Es gibt ja nicht wahnsinnig viele Sportreporterinnen. Aber ich habe das ehrlich gesagt nie, also ich habe das nicht als Kampf empfunden, weil ich eine Frau bin, sondern eher wegen meiner Themen vielleicht. Genau. Ja, das ist mir voll wichtig. Und ja, so informiert wie möglich zu berichten. Also dass ich mir halt immer auch Meinungen von Wissenschaftlern zu Themen noch einhole und ja, dass es nicht einfach nur so dahingeschrieben ist, sondern dass es einfach richtig ist und fundiert ist. Das ist mir total wichtig. Jetzt hattest du ja zuletzt ein sehr polarisierendes Thema, auch in der SZ zum Thema Sexismus in den Alpen. Wie waren da so die Reaktionen drauf? Ja, genau. Also der Text ist auf jeden Fall sehr gut gelesen worden. Das kann ich schon sagen. Und auch der Instagram-Post dazu ist sehr gut gelaufen. Das ist ja auch mal so ein Gradmesser. Den Post haben viele geliked. Und wir hatten ja auch einen Aufruf gestartet. Wir wollten von der Community nochmal wissen, was sie für Erfahrungen gesammelt haben. Da kamen auch einige Rückmeldungen. Und ich arbeite gerade an einem Follow-up-Artikel, weil das so wichtig ist, das Thema. Also das will ich jetzt nicht einfach so dabei belassen. Die Grundlage des ersten Artikels waren die Anschuldigungen an Nirmal Purja, diesem Star-Bergsteiger, gebürtig aus Nepal. Der lebt aber jetzt in Großbritannien. Und zwei Frauen haben ihn halt beschuldigt, dass er sie sexuell belästigt haben soll. Und auf dieser Grundlage wollte ich einfach mal sehen, wie es so in den Alpen so ist. Also wie der Stand so ist, welche Erfahrungen Frauen und überhaupt Menschen machen. Es sind ja nicht nur Frauen betroffen, muss man dazu sagen. Täter sind zwar vor allem Männer, aber es ist ziemlich eben ein weit verbreitetes Phänomen. Natürlich, es waren schon auch Reaktionen dann von Lesern und Leserinnen. Ja, warum müssen wir uns jetzt konkret noch den Bereich der Berge anschauen, der Alpen? Ich meine, Sexismus ist einfach überall. Und damit haben sie natürlich recht. Aber ich gehe in die Berge und viele andere gehen eben auch in die Berge. Und für die ist es genau gerade wichtig, darüber zu berichten und da mal hinzuschauen. Die Reaktionen waren aber, also ich würde sagen, sie waren positiv und eher bestärkend. Aber trotzdem finde ich, dass es immer noch sehr ruhig um das Thema ist in Europa. In den USA waren ja schon mehr Wellen. Also der Artikel, auf den ich mich in meiner Berichterstattung bezogen habe, im ersten Artikel, wurde ja in der New York Times veröffentlicht. Und da haben die Frauen eben offen darüber gesprochen, was ihnen widerfahren sein soll. Also man muss ja wirklich immer sehr vage das. Also es ist ja eine Verdachtsberichterstattung. Darüber sprechen auch. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass es irgendwie gar nicht zu uns so richtig rübergeschwappt ist. Und ja, jetzt deswegen nochmal der Folgeartikel, auf den ich mich jetzt auch sehr freue. Da habe ich auch schon einige Gespräche geführt. Da werden auch Stimmen eben aus der Community mit einfließen. Und da bin ich mal gespannt, also ob das irgendwas anstößt. Im Grunde ist bei dem Thema wichtig, aus meiner Sicht und aus der Sicht von vielen anderen auch, dass man darüber berichtet, dass es halt präsent ist und dass man darüber sensibilisiert für das Thema. Ja, ich glaube gerade so eine Sensibilisierung für bestimmte Themen im Bereich, also egal ob es jetzt dieses Thema ist oder auch das Thema Müll oder Naturschutz, das ist einfach, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Grund, Bestandteil von journalistischer Arbeit. Du hast mir erzählt, bei der Geschichte jetzt hast du viel investigativ recherchiert. Und was kann man sich da darunter vorstellen als jemand, der jetzt vielleicht nicht weiß, wie journalistische Arbeit abläuft? Am Anfang dachte ich, dass es investigativer werden würde, die Recherche. Aber ich habe mich dann am Ende doch nur wirklich auf das bezogen, was in dem New York Times Artikel erschienen ist. Entsprechend war ich da jetzt nicht besonderen Gefahren oder so ausgesetzt. Also ich musste nicht besonders auf irgendwas achten. Ich musste natürlich beim Schreiben dann darauf achten, dass es absolut quasi unter Verdachtsberichterstattung läuft, also quasi nur Mutmaßungen eben sind, weil es ist ja nichts bewiesen. Und ja, es gilt halt in dem Sinne dann die Unschuldsvermutung. Genau, grundsätzlich ist das halt total wichtig. Also da gab es halt schon viele Prozesse gegen Zeitungen, Zeitschriften, Journalisten, Journalistinnen, weil halt so Tatsachen geschaffen wurden. Und natürlich haben Mutmaße für Täter, haben natürlich ein Interesse daran, halt unbeschadet aus so einer Geschichte herauszugehen. Und deswegen haben die natürlich auch gute Anwälte, Anwältinnen. Und man muss super vorsichtig sein, wie man sich äußert, wie man formuliert, mit wem man spricht. Und ich weiß nur, dass die beiden Journalisten von der New York Times, die das eben aufgegriffen haben und mit den beiden Betroffenen gesprochen haben, dass die super sauber eben vorgegangen sind, so wie sie es dargestellt haben. Also sie haben natürlich mit den Betroffenen gesprochen. Sie haben so Chatverläufe sich angeguckt von den Betroffenen mit Familie und Freunden. Also das, die haben, es ist halt quasi, es kann man, es kann man als Beweismaterial sozusagen werten, wenn man direkt nach so einem Zwischenfall jemanden schreibt und davon berichtet sozusagen. Also das, ja, deswegen, weil das sind ja meistens Eins-zu-eins-Situationen, wo Übergriffe passieren. Und klar, das ist, die Beweislage ist super schwierig, also die Beweisführung. Deswegen sind so Chatverläufe hilfreich, natürlich aber auch Zeugenaussagen von Menschen, denen man eben dann direkt davon erzählt hat, also die wirklich halt über die Geschehnisse halt sofort informiert worden sind. Und das ist halt alles ziemlich gut dokumentiert worden. Ja, und deswegen, und das sind zwei Zeugenaussagen auch, das ist auch wichtig. Also wenn es jetzt nur eine Person ist, die sich gegen eine andere Person richtet, das ist vielleicht auch nochmal heikler, aber wenn man sogar zwei Personen hat, die unabhängig voneinander Dinge berichten, ja, da ist so eine Berichterstattung dann schon mehr abgesichert. Aber sie muss immer im Konjunktiv sozusagen passieren. Ja, also ich stelle mir das aus journalistischer Sicht total schwierig vor, so über solche Vorfälle zu berichten, weil es, also wie du sagst, so Eins-zu-eins-Situationen sind, wo man gar nicht beurteilen kann. Weil jede Person in dieser Situation nimmt es auch komplett anders wahr wahrscheinlich. Und dann darüber ein Urteil zu fällen oder, also man fällt ja kein Urteil in dem Sinn, aber ja, ich finde das total schwierig und herausfordernd. Und ich glaube, ich würde es mir auch nicht zutrauen, als Journalistin darüber zu berichten. Deswegen, ja, finde ich das schon krass, dass du da dich auch traust, so solche Sachen zu veröffentlichen. Ja, also ich finde es interessant, dass du das sagst, weil als ich das geschrieben habe oder beziehungsweise als ich den Artikel gelesen habe und dann sofort den Entschluss gefasst habe, ich möchte auch darüber schreiben, dann habe ich natürlich mit meinen Kollegen, von der SZ gesprochen und auch mit dem Investigativ-Ressort sozusagen, wie ich vorgehen soll. Und das, dann habe ich es geschrieben, dann ist es veröffentlicht worden und erst im Nachhinein ist mir eigentlich bewusst geworden, dass ich mich ja irgendwie auch so ein bisschen zu einer Zielscheibe mache, logischerweise, weil ich meine, ich berichte darüber. Im Text beziehe ich natürlich keine Stellung, logischerweise, weil das ja eben Verdachtsberichterstattung ist. Aber klar, wie man den Text aufbaut, welche Stimmen man zulässt. Und ich habe natürlich auch den Nirmal Purja, habe ich auch natürlich angeschrieben und ich habe auch sein Statement sozusagen einfließen lassen, aber es gab also keine, keine, keine Extrastellungnahme, also kein Interview oder so. Aber es ist ganz wichtig, immer eben auch, finde ich, beide Seiten zu hören oder zumindest die Möglichkeit zu eröffnen, dass beide Seiten sich dazu äußern können. Aber grundsätzlich, ja, habe ich auch das, also jetzt im Nachhinein hatte ich dann so das Gefühl, boah, das ist eigentlich eine ganz schön große Sache. Aber andererseits denke ich mir, dass es halt total wichtig ist. Und ich denke halt irgendwie an so die nachfolgenden Generationen, an meine Nichte zum Beispiel. Ich denke einfach an sie und ich stelle mir vor, ich möchte, dass es für sie wenigstens leichter wird, sich als Frau halt einfach zu behaupten. Und was heißt behaupten? Dass man sich als Frau nicht mehr behaupten muss, sondern dass wir einfach alle irgendwie gleiche Voraussetzungen haben und sein können, wer wir sind. Also das ist ja eigentlich das Hauptproblem, dass viele Menschen einfach irgendwie gar nicht die sein dürfen, die sie sind und sich für Sachen rechtfertigen müssen, die einfach so super privat sind. Und das nervt mich einfach. Ich würde, in der idealen Welt wäre es so, dass jeder der oder die sein kann, der, die, er oder sie sein möchte. Und dass man gar nicht zwischen Mann und Frau und irgendwie Erstbesteigung durch Mann oder Frau oder, also diese Erst, diese Erst, diese, das gibt viele Frauen, mit denen ich gesprochen habe, die so sagen, ja, um ehrlich zu sein, ich will einfach als Berg, also als Mensch so wahrgenommen werden, der coole Sachen an den Bergen irgendwie macht, sozusagen coole Besteigungen. Und ich will jetzt nicht unbedingt deklariert werden als erste Frau, die sonst was erreicht hat. Das kommt ganz oft von, also von super starken Bergsteigerinnen, dass sie irgendwie nicht reduziert werden wollen auf ihr Geschlecht, was ich auch voll nachvollziehen kann. Andererseits ist es natürlich auch wichtig, eben Vorbilder zu schaffen. Also, weil die Welt ist nicht ideal, wird sie ja auch niemals sein, logischerweise. Aber wir können halt daran arbeiten, dass es halt für nachfolgende Generationen von Frauen, aber auch von LGBT+, von Menschen, die es einfach schwieriger haben als vielleicht Cis-Männer, dass es für alle einfach insgesamt leichter wird, einfach zu sein. Also es geht ja im Grunde darum, einfach zu sein, ohne sich für irgendwas rechtfertigen zu müssen. Ich glaube, da hat sich aber schon auch jetzt in den letzten Jahren viel getan, weil ich habe auch letztes Jahr mit einigen Bergführerinnen gesprochen, wie zum Beispiel Caro Nord oder Raffaella Haug. Und die haben auch alle gemeint so, dass es eigentlich für sie immer keine Rolle gespielt hat, dass sie jetzt weiblich sind in ihrem Umfeld. Und das finde ich eigentlich total schön. Und ich habe auch das Gefühl mit dem Frauen-Expat-Kader, dass da Schritte in diese Richtung gemacht werden und es immer mehr Bergführerinnen auch gibt. Und ich glaube, wir sind da auf einem ganz guten Weg. Absolut. Und zum Glück gibt es diese Kader eben nicht nur in Deutschland, sondern auch jetzt zum Beispiel in Frankreich, in Österreich. Und das hat super viel bewirkt. Also ich bin halt schon so, also ich glaube daran, dass Vorbilder halt viel, viel, viel bewirken können. Und so Expert-Kader für Männer und für Frauen, also das ist, es ist halt eine Elite-Schmiede sozusagen, aber eben auch, da wachsen auch super tolle Vorbilder heran, zu denen wir halt einfach hinaufschauen können und die uns einfach vormachen, hey, Frauen können super tolle Sachen erreichen und wir müssen uns nicht verstecken und vor allem nicht hinter Männern verstecken. Also ich bin auch totale Verfechterin davon, dass es diese Expert-Kader gibt. Ja, das sind auch ganz tolle Frauen einfach. Also die Trainerinnen sind unglaublich toll. Ich habe jetzt auch mit der Trainerin vom französischen Kader gesprochen, mit der Lise Bayon. Mein Französischer ist leider nicht so gut. Und die ist halt, diese Frau ist einfach so obercool. Die macht halt krasse Sachen und stapelt dabei auch einfach tief. Also die will das nicht so hoch aufhängen. Und sie fördert eben andere Frauen. Und das ist natürlich ganz wichtig, dass wir uns gegenseitig fördern. Und ich meine, es gibt natürlich, ja, der Konkurrenzkampf ist natürlich da, weil wir uns halt mehr behaupten müssen als Männer und dann um weniger, also weniger Aufmerksamkeit sozusagen. Und deswegen gibt es halt dadurch einen größeren Konkurrenzkampf. Aber den müssten wir eigentlich irgendwie abschaffen und uns nicht gegenseitig im Weg stehen. Ja, wir können es eigentlich nur gemeinsam schaffen. Ja, das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt. So diese Gedanke von Zusammenhalt, egal welches Geschlecht auch. Jetzt sind wir irgendwie in so ein schweres Thema abgerutscht ein bisschen. Worauf ich jetzt eigentlich noch hinaus wollte, ist, du selber findest ja auch ganz viel Kraft darin, draußen in der Natur unterwegs zu sein und hast da in den letzten Jahren einen wichtigen Begleiter für dich gefunden. Du hast ja vorher schon einen kleinen Hinweis draufgegeben, wer das ist. Vielleicht magst du kurz erzählen. Ja, gerne. Ja, das ist mein Hund, Ralfi. Den habe ich seit viereinhalb Jahren. Und genau, ich war damals in Portugal und war da gerade frisch in meine komplette Selbstständigkeit gestartet. Das war 2020. Das war Corona, wie wir alle wissen. Das war ja gar nicht so risikoarm, aber es hat ziemlich gut funktioniert irgendwie. Und ich war dann halt vier Wochen in Portugal, weil ich konnte ja quasi ortsunabhängig auch mich dann bewegen. Und das war natürlich für mich auch der, also klar, dann, okay, ich wollte immer wieder einen Hund haben. Ich bin mit Hunden aufgewachsen. Und jetzt geht es eigentlich wieder, weil ich halt einfach flexibel bin. Und dann war ich in Portugal und hatte so im Hinterkopf, ja, willst du dann eigentlich jetzt einen Hund? Ja, nein, ja, eigentlich schon. Aber lass das mal langsam angehen. Dann war ich im Tierheim und ja, dann habe ich halt den Ralfi kennengelernt. Also damals hieß er noch Ralf. Und ja, wir sind spazieren gegangen. Und dann war das irgendwie, es war ziemlich schnell klar, dass wir beide irgendwie zusammengehören, obwohl das natürlich jetzt super hyper emotional klingt. Aber ich glaube, das kennen viele. Die sich halt einen Hund holen oder aussuchen, dass man irgendwie weiß, dass er oder sie der Richtige ist. Und das war mit Ralfi und mir war das schon so. Wir mochten uns schon gleich sehr gern. Und er war auch super traurig. Also ich war siebenmal im Tierheim, um ihn zu besuchen. Er war immer super traurig, wenn ich wieder gefahren bin. Er hat sich mega gefreut, als ich zurückgekommen bin. Und ja, das war cool, genau. Jetzt habe ich den Ralfi an meiner Seite. Und ich wusste natürlich nicht, ob er jetzt ein großer Berggänger sein wird oder ob er Schnee mag. Aber er ist ein totaler Bergfreak. Er liebt Schnee, er liebt Berge, er liebt die Anstrengung, er liebt Gipfel. Das ist total verrückt. Also das wusste ich natürlich nicht. Das war ein Risiko. Aber ich hatte Glück. Und so dein Herzensthema ist ja auch Wandern mit Hund. Oder das hat sich jetzt so entwickelt in den letzten Jahren. Also wie hast du das so für dich entdeckt auch, dass du auch darüber berichten möchtest? Weil du hättest ja jetzt auch sagen können, ich gehe einfach gerne in meiner Freizeit mit meinem Hund wandern zum Beispiel. Ja, das ist eine gute Frage. Da habe ich auch neulich drüber nachgedacht. Das hat sich einfach wirklich einfach so ergeben sozusagen. Am Anfang habe ich ja meine Geschichten noch unabhängig von Ralf gemacht. Also ich war ja eben, bin ja immer wieder auf Recherchereise. Der ist jetzt dann zwar dabei, aber spielt eigentlich keine Rolle. Ja, und dann gehe ich da auf Trekkingtouren und berichte dann darüber. Und dann war er immer mal wieder auch mit, auf dem Foto zu sehen und so. Und ich hatte eben letztes Jahr, also den Traum, eine Alpenüberquerung zu machen, hatte ich schon ganz lange. Also seitdem ich eigentlich in München wohne und eben regelmäßig in die Berge gehe, war das für mich so ein Traum, das mal zu machen. Aber ja, wie es halt so ist, man schiebt es dann halt hin, bis es halt perfekt ist. Und das ist schon perfekt. Aber im Grunde war letztes Jahr war dann schon perfekt so die Bedingung. Ich meine, ich hatte dann eben Ralfi als meinen Begleiter. Das ist halt, also ich hätte das natürlich auch mit einem Mensch machen können, aber ich wollte eben einen langen Zeitraum unterwegs sein. Und ich habe halt in meinem Leben, habe ich so für mich herausgefunden, dass man eigentlich jetzt nicht auf jemanden warten sollte. Also klar, wenn sich was ergibt, schön, aber warum sollte man seine Träume bis ins Unendliche hinaus zögern, weil gerade eben niemand Zeit hat. Deswegen bin ich eben auch viel alleine unterwegs. Was auch für mich, also ich mag das total. Ich komme damit voll gut klar, weil man trifft natürlich auch so immer wieder Leute. Aber grundsätzlich ist es für mich voll angenehm, halt dann für mich selber halt verantwortlich zu sein, meine eigenen Entscheidungen zu treffen. Und eben, wenn ich mit Hund unterwegs bin, spielt er natürlich noch mit rein. Das ist ja logisch. Und genau, er ist halt einfach der perfekte Begleiter. Das wusste ich vorher, wusste ich, dass er Berge liebt. Aber wie perfekt er als Begleiter ist, war mir nicht bewusst. Also er ist so der größte Motivator auf der Welt. Also ohne es zu wissen, aber er geht halt dann abends, legt er sich halt hin und schläft. Und am Morgen steht er wieder da und sagt, okay, wo gehen wir heute hin? Los geht's. Er ist regeneriert total schnell und hat einen unbedingten Willen. Also er weiß irgendwie, er weiß natürlich nie, wo wir hingehen. Also vor allem bei Touren, die er nicht kennt. Aber er weiß, okay, wir gehen irgendwo hin und wir kommen an. Und so lange marschieren wir. Und ja, und dann war das halt für mich halt einfach der perfekte Moment letztes Jahr, weil ich eben die Zeit hatte, freigeschaufelt hatte. Und ich hatte mir vorher eben schon überlegt, dass ich ein Buch darüber schreibe, weil irgendwie ist es so relativ, also fast, wie soll ich sagen, so der typische Werdegang eines Journalisten, einer Journalistin, dass man halt erst journalistisch arbeitet und sich dann vielleicht so ein Buch mal verewigt. Und ehrlich gesagt haben mich darauf Freunde gebracht. Die haben so gesagt, ja, du musst ein Buch schreiben. Und ich so, hör, über was denn? Und dann war das einfach die perfekte Fügung. Und dann dachte ich mir, okay, ich mach das. Dann hab ich mir halt Verlage gesucht und es hat auch voll gut geklappt. Ich hatte ja keine Ahnung. Ich hab mich einfach an die Verlage, ich hab halt so ein kleines Exzept geschrieben oder ein Exposé. Und dann hab ich mich an Verlage gewandt und die waren halt total begeistert von dem Thema Wandern mit Hund und Leibüberquerung mit Hund. Und dann hat sich das halt so ergeben. Und dann war Ralfi halt eigentlich, vor allem ab da war er der absolute, super wichtig in meiner Berichterstattung. Und was gibt dir das für ein Gefühl, wenn du mit Ralfi unterwegs bist? Also es ist wirklich einfach schön, mit ihm unterwegs zu sein, weil wir eben die Begeisterung für die Natur teilen. Natürlich äußert die sich verschieden und die eine ist reflektiert, die andere vielleicht nicht so reflektiert. Ich meine, ich überlege mir schon ab und zu, wenn wir dann irgendwie am Gipfel stehen, was er jetzt wohl denkt. Aber ich glaube, er denkt sich, okay, wir sind am Gipfel und jetzt geht's wieder runter. Wenn er das überhaupt denkt. Aber es ist einfach richtig schön, ihn als Partner zu haben. Und halt auch in dem Kontext, als Frau alleine unterwegs zu sein, ist grundsätzlich für mich total in Ordnung. Also allgemein alleine unterwegs zu sein und für mich halt selber meine Gedanken zu ordnen und eine Reflexion zu machen. Und ich meine, wenn man schöne Dinge erlebt, möchte man die ja auch teilen. Aber das kann ich gut mit mir selber ausmachen oder ich telefoniere dann halt einfach. Aber dieser Hund ist natürlich erstens so ein emotionaler Support sozusagen. Aber andererseits auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, wir beschützen uns gegenseitig. Also ich will ihn nicht als Sicherheitsgarant bezeichnen, weil ich nicht will, dass er mich beschützt. Also ich will nicht, dass er für mich in irgendeinen Kampf einsteigt. Weil im Gegenteil, ich ja eigentlich für seine Sicherheit verantwortlich bin. Aber wenn wir zusammen auftreten, hat das natürlich eine andere Erscheinung sozusagen, als wenn ich da alleine rumhample. Weil er ist so mittelgroß und ich meine, er sieht nicht gefährlich aus. Aber ich weiß, dass er halt alles geben würde, um uns zu verteidigen. Und ich glaube, dass wir eine andere Ausstrahlung haben, halt einfach als Team. Und ja, das ist traurig, ehrlich gesagt, dass ich sowas mit in Betracht ziehen muss. Aber ich glaube, als Frau ist das schon so ein bisschen ein Faktor, dass ich mich da einfach auch sicherer fühle. Auch wenn ich mit meinem Bus, mit meinem Camper alleine unterwegs bin mit ihm. Also da ist es super krass, weil er ja dann auch wie so eine Alarmanlage ist, wenn ich irgendwo mit dem Bus stehe und Ralfi hört ja alles. Und ich kann halt sein Bellen und sein Knurren, das kann ich auch einordnen ungefähr. Und ich weiß schon, wenn es ein bisschen heikel ist und so. Und es ist gut. Ich glaube, es ist besser, wenn da irgendjemand was plant, irgendwie meinen Camper irgendwie zu überfallen oder so. Es ist besser, wenn er irgendwie den Bellen raushalt, als wenn es einfach still ist. Ich habe mir deswegen aber nicht einen Hund zugelegt, damit er mich beschützt. Er ist einfach mein Begleiter, mein Partner. Er hat schon einen unfassbar hohen Stellenwert, aber das ist halt ein super Nebeneffekt, dass er einfach, er bereichert mein Leben auf allen Ebenen und ist halt auch, doch, ist für mich auch so ein Anker. Also halt quasi diese, wie soll ich sagen, also mein Leben, ich organisiere mein Leben um ihn herum. Und das ist irgendwie cool, eben diese Verantwortung zu haben. Also mich bereichert das. Andere würden vielleicht sagen, dass sie ihr Leben um Kinder herum organisieren. Ich glaube, das ist ähnlich, einfach so vom Gefühl, dass man so eine Verantwortung hat und sich verantwortlich eben fühlt für ein anderes Lebewesen. Bei mir ist es der Hund und für mich ist es essentiell. Also für mich fühlt sich das unglaublich toll an. Und in den Bergen macht es halt einfach Spaß, seine Begeisterung zu sehen und seinen Ehrgeiz. Das ist einfach cool. Also ich kann mir das schon vorstellen, dass wenn man so Verantwortung für ein anderes Lebewesen trägt, dann gibt es einem ja auch Struktur, weil man weiß, okay, ich muss täglich mit dem Hund spazieren gehen. Ich muss mich um ihn kümmern. Und also mir, ich merke so, Struktur ist einfach wahnsinnig hilfreich, um ein zufriedenes Leben zu führen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Gerade wenn man viel unterwegs ist und auch viele verschiedene Dinge macht in seinem Leben. Auf jeden Fall. Also ich war schon immer super freiheitsliebend, aber zu viel Freiheit ist natürlich, kann auch schwierig sein. Also und ich habe so das Gefühl, dass ich mich halt auch für den Hund entschieden habe, damit ich etwas weniger frei bin sozusagen. Also wie du sagst, eben die Struktur habe und so einen Rahmen im Leben und eine Limitation irgendwie. Also klar, ich kann trotzdem fast alles machen eigentlich, weil meine Eltern eben auf ihn aufpassen, wenn ich unterwegs bin, was natürlich total cool ist. Aber trotzdem ist es halt eingeschränkt. Ich kann nicht monatelang weg sein, will ich auch überhaupt nicht, um Gottes Willen. Ich möchte eigentlich gar nicht, noch nicht mal mal einen Tag von ihm getrennt sein. Aber es gibt halt Arbeitsansätze. Also jetzt, oh Gott, in ein paar Tagen fliege ich nach Paris und bin da halt drei Wochen bei Olympia als Berichterstatterin. Und da sind wir halt drei Wochen getrennt. Aber ich weiß, dass es ihm halt hier gut geht. Also bei meinen Eltern, dass er eine gute Zeit hat und gut umsorgt ist. Und da kann ich auch dann ganz gut abschalten. Aber ich vermisse ihn natürlich logischerweise. Ah, voll der gute Punkt, dass du Olympia jetzt auch noch angesprochen hast. Weil ich nämlich noch wissen wollte, was so für dich persönlich als Journalistin im Bereich Autosport und Bergsport so das Highlight ist. Also wo findest du für dich so die Arbeit, die dich wirklich erfüllt? Also ich kenne das von meiner Arbeit im Bereich Journalismus, dass es so Themen gibt, die macht man irgendwie, weil man sie wichtig findet. Und dann gibt es manche Themen oder Artikel, die macht man, weil das wirklich so der eigenen Leidenschaft entspricht. Und da findet man so komplett seine Erfüllung drin. Und ich wollte gerne wissen, was das bei dir ist. Also ich merke, ich spüre halt total, mit welchen Themen ich verbunden bin, weil ich eben total gut herauskristallisieren kann, was mich nervt an Themen. Und das versuche ich auch wirklich zu vermeiden, weil ich meine, warum sollte ich Energie in was stecken, was mich halt einfach, was mich einfach fertig macht eigentlich. Also ich, weil man eben so eine Begeisterung haben muss. Und weil ehrlich gesagt, mit jedem Text, den ich schreibe, da stecke ich ja, da steckt ein Teil von mir drin. Das ist einfach so. Und deswegen ist natürlich eine Kritik an einem Text, ist natürlich, also ist nicht Kritik, ach, das Thema hast du irgendwie blöd aufgearbeitet, sondern das ist halt dann wirklich direkte, also ich empfinde das als direkte Kritik an mir als Person, weil halt meine Emotionen und weil einfach ein Teil von mir da drin steckt. Ja. Und genau, ich versuche einfach Themen zu vermeiden, die mich nerven. Und ja, ich glaube, das Wichtigste bei der Auswahl von Themen ist, dass man dafür brennt. Also das ist wirklich so, weil das spürt man in den Texten dann auch. Also, aber auch Recherchen. Ich meine, ich bin ja dann, habe dann oft eben Menschen, also Fotografen, Fotografinnen dabei, wenn ich jetzt so Trekkingtouren mache oder so. Das organisiere ich halt dann immer. Und ich habe jetzt auch für mich herausgefunden, dass ich es am coolsten finde, wenn ich mit lokalen Fotografen, Fotografinnen zusammenarbeite. Weil ich meine, es ist halt super schwierig, das auch zu organisieren, dann immer noch den Fotografen oder die Fotografinnen mitzunehmen. Und dann, also einen Deutschen zum Beispiel, jemand aus Deutschland, und das noch zusätzlich zu organisieren. Deswegen finde ich es cool, dann vor Ort Leute zu finden. Und ja, das macht dann schon auch ziemlich viel Spaß, da auf diese Art und Weise zu berichten. Cool. Zum Abschluss, welchen Tipp hast du für Menschen, die auch in den Journalismus wollen, aber sich vielleicht noch nicht trauen? Oder deren großer Traum das ist, auch als Journalistin oder Journalist zu arbeiten? Ich persönlich habe ja Politikwissenschaften studiert. Und ich finde das ehrlich gesagt auch ganz cool, etwas zu studieren, was einen so richtig interessiert. Also sich halt vielleicht, also wirklich in einer Sache gut ausbilden zu lassen. Es kann auch Medizin sein zum Beispiel, es kann Jura sein. Also halt in einem Gebiet halt wirklich so ein Fachwissen zu besitzen, weil da hat man die allerbesten Chancen, sich zu etablieren. Bei mir ist es natürlich jetzt Sport geworden, ich habe aber nicht Sport studiert. Aber grundsätzlich ist ein Studium natürlich ganz cool, weil man da, ein geisteswissenschaftliches Studium, weil man natürlich eh da viel schreiben muss, viel recherchieren und da eben schon diese ganze Gründlichkeit sozusagen lernt, die man auch braucht. Aber ein Studium ist absolut keine Voraussetzung. Also nicht so, es muss überhaupt nicht sein. Es geht vor allem darum, wie leidenschaftlich man dabei ist. Also wie sehr man sich eben darin selbst sieht, wie sehr man Interesse an bestimmten Themen hat. Und eine Spezialisierung ist meines Erachtens absolut essentiell, weil es das auch einfacher macht. Also man kann sich da eben, sich da halt seinen eigenen Marktwert erarbeiten. Und natürlich ein Volontariat ist schon cool oder Besuch einer Journalistenschule, das habe ich jetzt nicht gemacht. Habe es aber auch geschafft. Also ich sehe es schon so ein bisschen, auch ein bisschen als meine Mission an, halt Menschen mit auf den Weg zu geben, dass man das schon schaffen kann. Man muss sehr hart arbeiten. Man muss mit der Zeit lernen, irgendwie die Kritik irgendwie zu verarbeiten. Ich meine, ich habe am Anfang super viel geweint. Also ich meine, ich habe mich da so selber ins eiskalte Wasser geworfen und habe halt dann irgendwie der SZ-Redaktion meine furchtbaren Texte geschickt und so. Aber die Kollegen und Kolleginnen waren halt einfach total lieb und haben das redigiert. Und damit habe ich dann halt gelernt, wie es halt besser geht. Und habe auch ein paar Kurse gemacht. Also es gibt sehr gute Journalismusakademien, die man besuchen kann, wo man eben Kurse buchen kann, dazu buchen kann. Also ich finde, man kann sich da selber gut ausbilden. Aber bei mir hat es, also ich glaube, dass ich halt ein gutes Niveau hatte. Also ich bin immer noch nicht super. Also ich bin, ich bin immer noch so dankbar, wenn dann einfach noch eine gute Redakteurin oder Redakteurin meine Texte drüber schaut und dann halt so den Feinschliff macht. Aber ich finde, bei mir hat es eben zehn Jahre gedauert, bis ich halt jetzt quasi das Gefühl habe, dass ich es relativ gut beherrsche. Ich denke, mit so einer Ausbildung in einer Journalistenschule oder so geht das dann schon schneller. Aber ich meine, es macht einfach die Erfahrung. Und grundsätzlich ist es natürlich auch cool, wenn man zumindest Interesse an Menschen hat. Also weil meistens dreht es sich ja doch um Menschen. Also auch wenn man Wissenschaftsjournalistin wird, ist es ja trotzdem so, dass man mit Menschen über die Themen spricht. Also man muss jetzt nicht super extrovertiert sein. Ich bin überhaupt nicht extrovertiert. Also ich empfinde mich eher als introvertiert. Also ich ziehe meine Energie daraus, halt mit meinem Hund alleine durch die Berge zu streifen, sage ich mal. Aber ich rede gerne mit Menschen und ich interessiere mich total für Geschichten. Und ich glaube, das ist auch was total Wichtiges, dass du halt einfach an deinem Gegenüber einfach interessiert sein solltest. Und ich glaube dann, halt eine gewisse Feinfühligkeit. Aber das hat man oder hat man nicht. Ich glaube, man spürt das, ob man Journalist oder Journalistin sein kann oder nicht. Und das wird einem auch gespiegelt. Also ich glaube, man kann die schönsten Interviews führen, wenn man sich halt voll auf seinen Gesprächspartner, Partnerin einlässt und dem ganz viel Raum gibt und einfach, ja, einfach offen ist. Und vielleicht auch, also was ich auch oft mache, ist halt, dass ich von mir selber auch Sachen dann preisgebe, um halt so eine Gesprächssituation zu kreieren, dass sie sich halt sicher fühlen und das Gefühl haben, okay, mir sitzt jemand gegenüber, die ist auch nicht unfehlbar. Und das ist auch total cool. Das mache ich halt gerne. Und das kreiert die besten Atmosphären sozusagen. Ja, das kann ich, glaube ich, genau so unterschreiben. An der Stelle vielen, vielen Dank, Nadine, für deine Einsichten in deinen Beruf und dass du dich auf den Raum hier eingelassen hast. Ja, vielen Dank auch an dich. Es war ein total schönes Gespräch. Vielen Dank.